Am Eisberg in St. Pölten wird das Siedlungsgebiet erweitert. Um die zukünftig versiedelten Flächen zu kompensieren, wird ein großes Retentionsbecken errichtet. Und falls du es noch nicht getan hast, bitte unterstütze diesen Kanal und abonniere ihn. Und gib ein Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Mein Name ist Reinhard Bergmann. Ich danke dir fürs Zuschauen und bleib neugierig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rundfunk WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR